Der Dunkelelf soll nicht denken, dass wir uns kampflos ergeben und seine Schergen sollen erfahren, was es heißt, das Elfenreich zum Krieg herauszufordern. Das Zögern des Generals wehrte nur einen kurzen Augenblick. Zu Befehl, mein König, bestätigte er dann und ließ die Kriegstrommeln zum Angriff schlagen. Do-Tai-Nur Aldur, hörst du mich? Ich spreche mit dir. Weich und säuselnd drang die Stimme an Aldurs Ohr und kitzelte sein Bewusstsein. Sie weckte Erinnerungen. Weißt du denn nicht mehr, wer ich bin? Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Er erinnerte sich, aber er konnte nicht antworten, einerseits, weil er sein Bewusstsein noch nicht ganz zurückerlangt hatte, andererseits, weil eine Stimme im hintersten Winkel seines Verstandes ihm sagte, dass er diese Stimme nicht hören durfte. Es war unmöglich. Du zweifelst an mir, fragte sie, als könnte er sie seine Gedanken lesen. Nachdem ich alles daran gesetzt habe, dich in den Geheimnissen der Magie zu unterrichten, nachdem ich dir Dinge gezeigt habe, die du ohne mein Zutun für unmöglich gehalten hättest, ich habe dir alles gegeben, Aldur. Ein Stöhnen entrang sich Aldurs trockener Kehle. Er war kurz davor, die Fesseln der Ohnmacht abzustreifen und zu erwachen. Aber er tat es nicht aus Furcht, die Stimme könnte verstummen. Womöglich war sie nur eine Täuschung, die ihm die Bewusstlosigkeit vorgaukelte. »Meisterin«, flüsterte er mit noch immer geschlossenen Augen, »seid ihr's?« »Du erinnerst dich also doch«, stellte die Stimme zufrieden fest. »Ich glaubte schon, du hättest mich vergessen. Mich und alles, was ich für dich getan habe. Wie kommt ihr darauf, wie ich darauf komme? Warst nicht du es, der sich gegen mich gewandt und mich verraten hat? Der sich auf die Seite meiner Feinde schlug und mich im entscheidenden Moment verlassen hat? »Ich konnte nicht anders handeln«, widersprach Aldur. »Ihr habt den Orden verraten und alles, woran ich glaube.« »Woran du glaubst«, die Stimme wurde schärfer, »junger Narr, wäre ich nicht gewesen, so gäbe es nichts, woran du glauben könntest. Dein Vater, dieser blutarme Feigling, hat nie erkannt, was in dir steckt. Ich erst habe dich zu dem gemacht, was du bist, zum mächtigsten Zauberer, den Erdwelt seit langer Zeit hervorgebracht hat. Denkt ihr das wirklich? Wer will sich mit dir messen? Der eitle Farawin, dieser Emporkömmling Granok oder gar dieser Speichelecker Hurrak, der sich wie ein Wurm vor mir am Boden krümmt, weil er sich dadurch noch mehr Macht verspricht? Sie alle können dir nicht das Wasser reichen. Aldur, das ist schon damals so gewesen und es hat sich nicht geändert. Schon damals? Ich verstehe nicht. Behaupte nicht, dass du es nicht bemerkt hättest. Sage nicht, dass dir nicht aufgefallen wäre, wie sie dich behandeln, dass sie dich mit Argwohn und Misstrauen beäugen und nicht selten auch mit Neid, dass sie alles unternehmen, um deinen Einfluss in Shakara gering zu halten und dafür auch vor Verleumdung und übler Nachrede nicht zurückschrecken. Von wem sprecht ihr? Ja, vom Hohen Rat natürlich, von dem heuchlerischen Gewürm, das die Geschicke des Ordens lenkt und dabei zerfressen ist von Missgunst und Feigheit. Haben sie etwa nicht versucht, dich in Misskredit zu bringen? Haben sie dich nicht beschuldigt, mit dunklen Mächten zu paktieren? Doch, das haben sie. Und dennoch stehst du auf ihrer Seite? Dann bist du nicht jener Aldur, der einst mein Novize gewesen ist, denn jener erfüllt von eisernem Willen und unbeugsamem Stolz. Ich bin es, versicherte Aldur. Dann beweise es. Zeige mir, dass du nicht einer von ihnen geworden bist und dass noch immer das Herz eines Zauberers in dir schlägt, eines wahren Magiers, der die Geheimnisse der Schöpfung kennt und sie für sich zu nutzen weiß, der nicht zurückschreckt vor dem, was andere als verboten erachten, nur weil sie nicht selbst in der Lage sind, es zu begreifen. Erwache, mein junger Schüler. Nun erst schlug Aldur die Augen auf. Zu seiner Verblüffung fand er sich am Boden liegend, in einer Art Zelt, das vom Fackelschein beleuchtet wurde und an Händen und Füßen mit Ketten gefesselt. Vor ihm, im Mittelpunkt des Zeltes, stand eine Sänfte. Die Vorhänge waren verschlossen. Gleichwohl konnte man die schemenhaften Umrisse einer Gestalt mit langen Haaren erkennen. Jetzt erst wurde Aldur bewusst, dass jener Wortwechsel, den er durch die Schleier der Benommenheit wahrgenommen hatte, tatsächlich stattgefunden hatte. Schnell raffte er sich auf die Beine, die Ketten klirrten. Weißt du, rin? trakte er leise. Seid ihr es wirklich? Die Gestalt in der Sänfte regte sich. Du zweifelst noch immer? Aldur erbebte innerlich. Es war die Stimme seiner alten Meisterin, die er hörte. Ich sah Rivan und sterben mit meinen eigenen Augen, stammelte er hilflos. Habe ich dir nicht beigebracht? Dass du dich nicht auf das Offensichtliche verlassen sollst? Auf den Schein? Es war nicht nur Schein. Ich habe den Tod meiner Meisterin gefühlt. Das Entsetzen, die Trauer. Ich weiß, mein ehemaliger Schüler. Denn wäre es nicht so gewesen, wärst du nicht hier. Und wo bin ich? Wollte Aldur wissen. Kein einziger Laut drang von außerhalb in das Zelt. Die Stille war so vollkommen, dass er nicht daran zweifelte, dass sie magischen Ursprungs war. In Sicherheit. Was bedeutet das? Wo sind meine Freunde? Ich sagte dir schon einmal, dass es falsche Freunde sind. Weißt du noch? Wo sind sie? Verlangte Aldur dennoch zu wissen. Sie sind am Leben. Darf ich sie sehen? Noch nicht. Es gibt noch einige Dinge, die wir zu klären haben, Aldur. Was für Dinge? Die Gestalt in der Senfte schnaubte. Ist dein Verlangen danach, die kleine Elfin wiederzusehen denn so groß? Bist du mir untreu geworden? Ich liebe sie, beteuerte Aldur stammelnd und fühlte sich schlecht dabei. Und liebt sie dich auch? Gewiss. Und du hast keine Furcht, dass ein anderer sie dir wegnehmen könnte? Womöglich jemand, der sich als dein Freund ausgibt? Der sich dein Vertrauen und deine Zuneigung erschlichen hat? So jemanden gibt es nicht, war Aldur überzeugt. Und wenn ich dir das Gegenteil beweisen würde? Das könnt ihr nicht. Die Silhouette ließ ein Lachen vernehmen. Du hast dich nicht geändert. Seit der Zeit, als du mein Novize warst, mein junger Ruh. Aldur holte Tiefluft. Er hatte seinen Essamuin, seinen geheimen Namen, nur zwei Personen verraten. Die eine war Alana, die andere war Rivanon gewesen. War es also tatsächlich seine Meisterin, mit der er sprach? Was denn? Bist du überrascht? Fragte die Silhouette mit einer Spur von Spott in der Stimme. Ein wenig. Weshalb? Weil ich euch niedersinken sah. antwortete Aldur, der bei der Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse in Magoks finsterer Gruft erschauderte. Durchbohrt von der Klinge, die Farawin auf euch schleuderte. Und dann... Dann seid ihr getürmt, nicht wahr? Was weitergeschehen ist, hast du nicht gesehen. Nein. Dann lass dir berichten, Aldur. Wie ich mich trotz der grässlichen Schmerzen, die mich quälten, über den Boden geschleppt habe, während ich meinen eigenen Gedärmen dabei zusah, wie sie aus mir quollen. In jenen Augenblicken habe ich Farawin blutige Vergeltung geschworen, und mein Hass hat mir die Kraft gegeben, lange genug am Leben zu bleiben. Lange genug? Aldur zog die Brauen zusammen. Wofür? Um jenen Pfuhl zu erreichen, in dessen Tiefen der Geist des Dunkelelfen darauf wartete, mit neuer Lebensenergie erfüllt zu werden, und ihm durch mein unbedeutendes Opfer die Rückkehr zu ermöglichen. Das habt ihr getan? Aldur schüttelte den Kopf, wollte nicht aussprechen, was sein Verstand in diesem Moment bereits begriffen hatte. Aber dann... Dann ganz recht. Ich bin es gewesen, die Margot die Rückkehr in diese Welt ermöglicht hat. Meine Energie hat ihn mit neuer Kraft erfüllt, und meine Erinnerungen sind mit ihm verschmolzen, mit anderen Worten. Ich bin Margot! Während sie sprach, hatte sie ihr Tonfall verändert. Und die sanfte, so vertraute Stimme Rivanons hatte sich mehr und mehr in ihr krasses Gegenteil verkehrt. Ein Organ, das kalt war wie Eis und so tief und tödlich wie ein Abgrund. Entsetzt fuhr Aldur zurück. Doch im selben Augenblick schickte sich die geheimnisvolle Gestalt an, die Sänfte zu verlassen. Eine Klauenhand erschien, die den Vorhang zurückschlug. Bizarre Formen wurden dahinter erkennbar. Rivanon! Der Name seiner Meisterin gefrohr Aldur auf den Lippen, denn es war nicht Rivanon, die nun die Sänfte verließ. Jedenfalls nicht so, wie er sie in Erinnerung hatte. Die Netzknüpferin war eine Frau von atemberaubender Schönheit gewesen, deren Sinnlichkeit berühmt und deren Einfluss auf das männliche Geschlecht geradezu berüchtigt gewesen waren. Jene Kreatur jedoch, die der Sänfte entstieg, war von grotesker, geradezu abscheulicher Hässlichkeit. Sie war groß. Größer als ein Mensch oder ein durchschnittlicher Elf. Und ihr hagerer Wuchs ließ keinen Schluss darauf zu, welchem Geschlecht das Wesen war. Die Haut, die das Gesicht und die Hände bedeckte, war von schiefergrauer Farbe und von dunklen Adern durchzogen. Dabei wirkte sie an vielen Stellen so, als wäre sie nur notdürftig zusammengewachsen und in Wahrheit längst im Zerfall begriffen. Das lange Gesicht mit den hohen Wangenknochen wurde von einem tiefliegenden Augenpaar beherrscht, das in roter Glut leuchtete. Schwarzes Haar, das in dünnen Strähnen vom Haupt der Kreatur hing, umrahmte die bizarren Züge. Ihre Hände waren langfingrige Klauen, deren Nägel so lang und spitz wie die eines Raubtiers waren. Bekleidet war sie mit einer Rüstung aus schwarzem Leder, deren unzählige Gurte und Schnallen die Aufgabe zu haben schienen, die zerbrechlich wirkende Physiognomie, ob der dunklen Kraft, die sie durchströmte, am Auseinanderfallen zu hindern. Ein pechschwarzer Umhang, den ein wieder natürliches Eigenleben zu erfüllen schien, umwölkte die Gestalt wie unheilvoller Nebel. Eine Aura ungeheurer Bedrohung ging von ihr aus, die Aldor wie ein verderblicher Sog erfasste. »Hargok«, preschte er mit Mühe hervor, während er erschrocken zurückzuweichen versuchte, was ihm jedoch nicht gelang. »Hier seid Margok«, »ich bin Margok«, wiederholte die Kreatur mit ihrer abgrundtiefen Stimme, während sie langsam auf den jungen Elfen zutrat. »Der mächtige Zauberer, der aus dem Grab zurückgekehrt ist, um zu beenden, was er vor Unzeiten begonnen hat.« »Aber auch ein Teil deiner Meisterin Rivanon ist in mir, Aldor.« »Genug, um über deine Dreistigkeit und deine Verblendung hinwegzusehen.« »Was wollt ihr von mir?« Aldor konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor in seinem Leben solches Entsetzengefühl zu haben. Er wollte sich abwenden und die Flucht ergreifen, aber konnte nicht. Gerade so, als hätte Granog einen seiner Zeitzauber gewirkt. Mit dem Unterschied, dass er sehr wohl mitbekam, was um ihn herum vor sich ging. Sein Atem ging stoßweise. Schweiß trat ihm auf die Stirn, während er verzweifelt einen klaren Gedanken zu fassen suchte. Er wusste nicht, wie viel von seiner alten Meisterin in jenem bizarren Wesen steckte, das der Senfte entstiegen war. Aber allein der Gedanke war entsetzlich. Rivanon war bis zu dem Zeitpunkt, da sie sich als Verräterin erwiesen hatte, nicht nur seine Lehrerin gewesen, er hatte sie auch geliebt, obwohl sie ihm deutlich gesagt hatte, dass sie nicht in der Lage wäre, seine Zuneigung zu erwidern. Die Vorstellung, dass ihre Schönheit und ihr verführerisches Wesen in jener grässlichen Gestalt aufgegangen waren, verstörte Aldor zutiefst. Von meiner treuen Dienerin Rivanon weiß ich, dass großes Potenzial in dir steckt, fuhr der Dunkel-Elf fort, und ich möchte dich nicht vernichten, ohne dir nicht die Möglichkeit gegeben zu haben, deine Fähigkeit in meine Dienste zu stellen. Was? Aldor traute seinen Ohren nicht. Ich weiß, dass du dem Hohen Rat ebenso misstraust, wie ich es einst tat, und du hast Recht damit. Im Orden ist kein Platz für einen jungen Mann, der die Geheimnisse der Magie zu erforschen sucht. Du wirst immer an deine Grenzen stoßen und deine Fähigkeit niemals frei entfalten können. Ich hingegen biete dir an, das zu werden, was du dir am meisten wünschst. Und das wäre? Der größte und mächtigste Zauberer zu werden, den Erdwelt je gesehen hat, antwortete Margok, worüber Aldor zutiefst erschrak. Es stimmte. Dies war das Ziel, dem er sich verschrieben hatte. Seit er ein kleiner Junge gewesen und dem väterlichen Hain die ersten Schritte auf dem Pfad der Magie getan hatte. Aber aus dem Mund des Dunkelelfen hörte es sich vermessen und anmaßend an. Ihr irrt euch, behauptete Aldor deshalb. Das will ich nicht. Aber es klang nicht sehr überzeugend. Das Schicksal, fuhr Margok unbeirrt fort, hatte ich mit einer großen und mächtigen Gabe ausgestattet. Beim Orden ist sie verschwendet, denn keiner der altersschwachen Narren dort weiß, ihre Vorzüge auch nur annähernd zu schätzen. Ich hingegen werde dir zeigen, was du vermagst, und dich mächtiger machen, als du es dir je erträumt hast. Auf dem Hügelgrad waren sie aufmarschiert. Zervorderst die schwer gerüsteten Lanzenträger. Dicht gefolgt von den Schwertkämpfern, hinter ihnen die leicht Bewaffneten, die die Angriffslinie überall dort verstärken sollten, wo sie einzubrechen drohte. Flankiert wurde die Streitmacht von den Bogenschützen, die auf dem linken Flügel Aufstellung genommen hatten, sowie von der Reiterei, die während des Frontalangriffs der Fußsoldaten auf die Menschen eine Attacke auf die Orks vortragen und deren ohnehin nur ansatzweise vorhandene Schlachtordnung zerschlagen sollten. Dies war die Taktik, mit der sie Margoks Heer zu begegnen dachten. Für ausgefeiltere Pläne fehlte die Zeit. Nicht militärisches Kalkül hatte den Zeitpunkt des Angriffs festgesetzt, sondern bittere Notwendigkeit. Elidor, der auf seinem weißen Pferd saß, flankiert von den Zauberern Farawin und Maeve, sowie von seinen Generälen und Leibwächtern, ließ seinen Blick über die Schlachtreihen schweifen. Und man konnte sehen, wie die Brust des jungen Königs vor Stolz anschwoll. In der Tat boten die vielen hundert gerüsteten Kämpfer, deren Helme und Brünnen im Lichte des Monds blitzten, einen eindrucksvollen Anblick, der Erinnerungen an Siegwin und die goldenen Tage des Elfenreichs aufkommen ließ. Aber man brauchte nur in Richtung Tal zu sehen, um zu wissen, dass die wunderbare Ordnung nicht lange anhalten würde. Sechs Ilphantodion hatte die Schlundverbindung schon ausgespuckt, die alle zum Kampf gerüstet und mit Eisenplatten gepanzert waren, bereit, wie eine entfesselte Naturgewalt in die Reihen des Elfenheeres zu brechen. Und mit jedem Augenblick der Verstrich wuchs die Gefahr, dass es noch mehr wurden. Der Angriff musste jetzt gleich erfolgen. Jedes weitere Zögern würde dem Dunkelelfen nur zuarbeiten, auch wenn die erhoffte Verstärkung aus Shakara noch immer nicht eingetroffen war. Die Verunsicherung der Männer war entsprechend groß, und es gehörte nicht viel dazu, sich vorzustellen, dass ihre Reihen rasch ins Wanken geraten würden. Elidor schien dies zu fühlen, und ohne dass die Zauberer oder die Generäle ihn dazu aufgefordert hätten, lenkte er sein Pferd vor die Reihen seiner Krieger und ergriff das Wort. Nicht mit jener dünnen Fistelstimme, mit der er im heimischen Palast zur Laute gesungen hatte, sondern laut und vernehmlich. »Legionäre«, rief er in die Nacht, »Kämpfer von Tirgaslan! Ich weiß, dass ihr verunsichert seid, und dass es manche unter euch gibt, die sich fürchten. Aber das müsst ihr nicht, denn das Gesetz und die Geschichte sind auf unserer Seite. Jene dort«, damit zeigte er Richtung Tal, »sind widerrechtlich in unser Land eingedrungen und bedrohen alles, was wir sind. Dass Menschen und Ork sich miteinander verbündet haben, um dem Elfenreich zu schaden, ist an sich schon abscheulich. Doch wir haben allen Grund zu der Annahme, dass sie nicht unser eigentlicher Gegner sind. Das Böse aus alter Zeit, das wir längst ausgerottet glaubten, hat sich erneut erhoben und bedroht unsere Existenz, und es ist an uns, das Reich zu verteidigen. In dieser Schlacht, meine Brüder, geht es um alles oder nichts. Scheitern wir, wird die Welt eine Zeit der Finsternis erleben. Also kämpft so erbittert, wie ihr noch nie zuvor gekämpft habt, und denkt daran, dass der Boden, auf dem wir stehen, schon einmal einen bedeutenden Sieg des Elfengeschlechts gesehen hat. Die Könige der alten Zeit schauen auf uns, und sie sind erfüllt von Stolz darüber, dass wir die Flamme, die sie uns einst hinterlassen haben, nicht verlöschen lassen. Und genau wie sie werde auch ich, Elidor, an eurer Seite kämpfen. Damit griff er nach seinem Schwert, zog es aus der Scheide und stieß es lotrecht in die Höhe. »Für das Elfenreich und die Freiheit«, rief er so laut, dass es den Klang der Kriegstrommel noch übertönte, und gab damit die Losung aus. »Für das Elfenreich und die Freiheit«, ich holte es tausendfach zurück, dass die kühle Nachtluft zu erzittern schien. Dann kehrte wieder Stille ein, die jedoch nicht mehr wie zuvor von Unsicherheit geprägt, sondern geladen war von Tatendrang und Kampfeslust. Elidor nickte zufrieden, dann lenkte er sein Tier zum Feldherrenhügel zurück, wo die Zauberer und die Generäle auf ihn warteten. »Gut gesprochen, Majestät«, anerkannte Farawin, »aber seid ihr sicher, dass ihr das wirklich tun wollt? Ich fürchte, euer zartes Gemüt könnte dem Grauen auf dem Schlachtfeld nicht gewachsen sein. »Ihr müsst nicht kämpfen, Hoheit«, pflichtete auch Tulian bei, der ähnlich zu denken schien, »bleibt zurück als Symbol der Hoffnung und des Sieges.« Elidor blickte von einem zum anderen. Dann schüttelte er den Kopf, dass der Helmbusch aus weißem Pferdehaar hin- und herflog. »Was die Männer brauchen, General, ist kein Symbol, sondern jede Schwerthand, derer sie habhaft werden können. Fürst Artgal pflegte stets zu behaupten, dass ein König nur zur Laute greift, um seine eigenen Taten zu besingen. »Hm«, fügte er grimmig hinzu, »vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mir dieses Recht erwerbe.« Farawin und Tulian wechselten einen verwunderten Blick, und einmal mehr konnte der Zauberer dem jungen Herrscher nur Respekt zollen, der in der Stunde der Bewährung über sich hinauszuwachsen schien. Er beschloss dennoch in der Schlacht, ein Auge auf ihn zu haben. »Wie ihr wünscht, Majestät«, entgegnete Tulian, »aber bleibt in der Nähe eurer Leibwächter. Wollt ihr mir das zumindest versprechen?« »Wenn es euch beruhigt, General!« Ein verwegenes Grinsen huschte über Elidors jugendliche Züge. Dann klappte er das Helmvisier herab, das nur zwei schmale Seeschlitze freiließ. Tulian ließ eine Fackel schwenken, und ein Horn-Signal erklang. Der Angriff begann. Die erste Abteilung, die sich in Bewegung setzte, waren die Bogenschützen, die vorgeschobene Positionen einnehmen und den Feind von dort aus unter Beschuss nehmen sollten, um den eigenen Verbänden das Vorrücken zu erleichtern. Als nächstes wurden die Lanzenträger in Marsch gesetzt. Schwerfällig kamen die Schlachtenreihen in Bewegung. Das Klirren der Rüstungen erfüllte die Nacht, und fast hatte es den Anschein, als würde sich eine Kaskade aus schimmerndem Metall auf breiter Front den Hang hinab und ins Tal ergießen. Es war Farawin klar, dass man das Elfenheer von Weitem kommen sehen würde. Dennoch hoffte er, dass der Angriff den Feind unerwartet traf, oder seine Pläne zumindest stören würde. Eine Hoffnung, die sich schon kurz darauf zerschlug. Denn nachdem die Schwertkämpfer und Leichtbewaffneten unter Irgons Kommando losgestürmt waren, kam auch der Befehl für die Reiterei unter Tulian, die unterstützt wurde von König Elidor und den beiden Zauberern. Für das Elfenreich und die Freiheit! Wiederholte Elidor noch einmal, dann gab er seinem Pferd die Spuren. Der Schimmel aus dem königlichen Gestüt trat vihrend an und sprengte den Hang hinab, dicht gefolgt von seinen Leibwächtern. Auch Farawin trieb sein Tier an, und es hatte den Anschein, als würden die Hufe des Tieres, das den Zauberer trug, den Boden kaum berühren. Pfeilschnell flog es über die Ebene den feindlichen Reihen entgegen. Als abermals ein Blitz die Nacht erhellte und die Kristallpforte sich öffnete. Farawin erwartete erneut, die riesenhaften Formen eines Ilphantodions zu sehen, die aus dem Nichts heraus erwuchsen, aber er irrte sich. Kein Kampfkoloss, noch nicht einmal eine lebende Kreatur schob sich aus dem Schlund, sondern ein gigantisches Etwas, das wie eine Windmühle aussah und wie ein Drache Dampfspieh. »Was bei Albans Licht!«, murmelte der Zauberer erschrocken. »Wyrsha Zwei-Luthan.« »Hörst du das?« Die Kreatur, die der Senfte entstiegen war, hatte ihr bizarres Haupt schiefgelegt und schien zu lauschen. Und für einen Moment wich die Stille, die über dem Zelt lag, und ließ die Außengeräusche hereindringen. Aldo hatte das Gefühl, davon erschlagen zu werden. Er hörte dumpfes Geschrei und heise gebrüllte Befehle, dazu das Klirren von Waffen und Rüstungen und das Summen energetischer Entladungen. Aus weiter Ferne war zudem Trommelschlag zu hören, Kriegshörner wurden geblasen, und Aldo ging auf, dass es die letzten Augenblicke vor einer Schlacht waren, deren Zeuge er wurde. »Was geht dort draußen vor sich?«, fragte er. »Wo sind wir überhaupt?« »Im Tal des Siegsteins, wo der Fluss sich teilt,« lautete die knappe Antwort. »Dort haben sich die feindlichen Heere versammelt, und dort wird es zur Schlacht kommen.« »Die feindlichen Heere?« Magog lachte leise. »Menschen und Unolde auf der einen, Elfen auf der anderen Seite.« »Es gibt ein Bündnis zwischen Orks und Menschen?« »Genau, wie du vermutet hast, nicht wahr?« »In diesem Augenblick durchqueren sie den Fluss, um sich dem Elfenheer entgegenzustellen. Und sie alle sind der Ansicht, für ihre Sache einzutreten und für ihre eigenen Ziele zu kämpfen. Das ist die Kunst dabei.« »Wir werdet scheitern!«, behauptete Aldur in hilflosem Trotz. »Wenn König Elidor seine Legionen aufgeboten hat, sie sind nicht unverwundbar,« fiel ihm der Dunkelelf ins Wort. »Aber das kannst du ja noch nicht wissen.« »Während du in Nurmorod warst, wurde eine von Elidors Legionen bereits vernichtet. Es hat mir weit weniger Mühe bereitet, als man annehmen sollte. Und wenn ich meine Kampfkolosse in die Schlacht werfe und die Mühlen des Todes erst zu malen beginnen, wird das glorreiche Elfenheer schon bald der Vergangenheit angehören.« »Die Mühlen des Todes?« »Du hast sie in Nurmorod gesehen.« »Kampfmaschinen, wie es noch keine gab.« »Verbaut, nur zu dem einen Zweck, die feindlichen Reihen zu dünnen. Es wird deinen erbärmlichen Freunden dort draußen nichts nützen, dass sie, genau wie ich es vorausgesehen habe, in diesem Augenblick zum Gegenangriff übergehen. Die Schlacht ist schon jetzt entschieden. Ihr Ausgang steht fest. Wenn diese Kampfmaschinen hier sind, bedeutet es, dass ich recht hatte,« folgerte Aldur schaudernd. »Es gibt tatsächlich eine Kristallpforte in Nurmorod.« »Gewes.« »Und die Tatsache, dass du dies erkannt hast, zeigt mir, dass du mir ähnlicher bist, als du es dir eingestehen willst,« gab der Dunkelelf zur Antwort. Von einem Augenblick zum anderen waren sie wieder von jener drückenden Stille umgeben, die Aldur das Gefühl gab, völlig allein und auf sich gestellt zu sein. »Ihr irrt euch!«, sagte er so entschlossen, wie er es nur vermochte. »Ich bin keineswegs so wie ihr!« »Woher willst du das wissen?« »Du hast mich nicht gekannt, damals, als ich noch Quorai hieß und ein Eingeweihter war, genau wie du.« »Genau wie du habe ich danach gestrebt, ein großer Zauberer zu werden und die Geheimnisse der Magie zu ergründen.« »Auch jene, die mir verboten waren.« »Das unterscheidet uns,« behauptete Aldur. »Mich verlangt es nicht danach, Geheimnisse zu ergründen.« »Natürlich nicht.« »Betrüge dich selbst, wenn dir danach ist. Mich kannst du nicht täuschen.« »Ebenso wenig wie deine törichten Freunde dort draußen. Die Mühlen des Todes stehen bereit, sie zu zermalmen.« Aldur fühlte wachsendes Entsetzen. Nicht nur der abgrundtiefen Bosheit wegen die Magog verströmte, sondern auch, weil ihm die Ausweglosigkeit der Situation mehr und mehr bewusst wurde. Der Dunkelelf war zurückgekehrt, und er war mächtiger denn je. »Verstehst du, was ich dir zu sagen versuche?« Erkundigte sich das Monstrum, und ein Lächeln glitt über seine Züge, das Aldur einen schaurigen Moment lang an Rivanon erinnerte. »Das Elfenreich ist schon jetzt geschlagen, seine Vernichtung nur noch eine Frage der Zeit. Aber es besteht kein Grund, dass du mit ihm untergehen solltest. Sag dich von deinen falschen Freunden los und schließ dich mir an. Und ich verspreche dir, dass du auf der Seite der Sieger stehen wirst, »Das kann ich nicht«, behauptete Aldur und schüttelte heftig den Kopf. »Das darf ich nicht.« »Warum nicht? Weil du einen Eid geleistet hast?« »Weil Farawin es dir verboten hat?« »Eide sind nur dazu da, um gebrochen zu werden, junger Narr. Und was Farawin betrifft, so verdient er deine Loyalität nicht. Oder glaubst du, er würde dir die Treue halten, wenn die Situation andersherum wäre? Auch der Älteste von Shakara beugt die Regeln, wenn es seinen Zwecken dient oder nicht.« »Das stimmt«, kam Aldur nicht, um hinzuzugeben. »Aber er würde mich niemals verraten.« »Bist du dir da wirklich so sicher?« Ein Grinsen spielte um die leblos wirkenden Gesichtszüge. »Das möchte ich dir etwas zeigen, Aldur.« Der Dunkelelf hielt für einen Moment inne, und es kam Aldur so vor, als würde er sich auf etwas konzentrieren. Kurz darauf wurde der Zelteingang geöffnet und kein anderer als Rorak erschien. Aldur zuckte zusammen, als er den Verräter erblickte, der um Jahrzehnte gealtert, ansonsten jedoch wohl auf zu sein schien. »Ihr?« rief er laut und wollte sich in einem jähen Zornesausbruch auf ihn stürzen, als er die Gestalten gewahrte, die hinter dem Zauberer das Zelt betraten. Alana, Granok, Rambok. Seine Gefährten lebend anzutreffen, ließ die Wut des Elfen schlagartig verpuffen. Er freute sich sogar, Rambok wiederzusehen, auch wenn er das niemals zugegeben hätte. »Aldur!« Alana wollte zu ihm eilen, um ihn zu umarmen, aber ihre Ketten erlaubten es nicht. Einen Augenblick lang standen sie da und hielten einander an den Händen wie Schiffbrüchige in einem tosenden Sturm, während das höhnische Gelächter Margoks wie eine Welle über ihnen zusammenbrach. »Röhrend! In der Tat!« Jetzt erst wurden die Neuankömmlinge der dunklen Gestalt gewahr, die im rückwärtigen Teil des Zeltes stand, und deren glühendes Augenpaar sie geringschätzig musterte. Granok stieß eine Verwünschung aus. Alana schlug sich die Hände vors Gesicht. Rambok verfiel in leises Wimmern, denn sie alle wussten sofort, wie er vor ihnen stand. »Worauf wartet ihr?« fuhr Rurak sie an. »Wirft euch vor dem Herrscher des Bösen in den Staub!« »Niemals!« widersprach Alana. Aber schon im nächsten Moment fühlte sie, wie sie von einer unwiderstehlichen Macht niedergedrückt wurde. Sie konnte nicht anders, als ihre Knie zu beugen und ehrerbietig das Haupt zu senken, ebenso wie ihre Gefährten. »So ist es gut«, anerkannte Margok mit bedrohlichem Wohlwollen. »Ich weiß, höfliche Gäste stets zu schätzen.« »Unsere Körper könnt ihr brechen«, zischte Alana, »aber nicht unseren freien Willen.« »Mein Kind«, eröffnete ihr der Dunkelelf, »ich versichere dir, dass auch das möglich ist. Aber ihr solltet das nicht darauf ankommen lassen, denn ihr habt alle drei mein Interesse geweckt. Eure Fähigkeiten sind überaus beeindruckend, und obwohl ihr meine Gegner gewesen seid und um ein Haar meine Rückkehr verhindert hättet, werde ich euch vor der Vernichtung bewahren, wenn ihr dafür in meine Dienste tretet.« »Karr!«, erklärte Rambok sofort. »Er hat dich gefragt, ohne Holz. Für dich habe ich keine Verwendung. Du wirst die Strafe bekommen, die du verdienst nach allem, was du getan hast. Die eingeweihten jedoch.« »Werden den Schwur, den sie geleistet haben, auf keinen Fall brechen«, rief Granok, indem er seinen ganzen Mut zusammennahm. Alanas Beispiel hatte ihn tief beeindruckt, und er wollte nicht zurückstehen, auch wenn es vermutlich das Letzte war, was er in seinem Leben tat. »Pharavin zählt auf uns. Wir werden ihn nicht verraten. Und wenn er euch verraten würde, das würde er niemals tun«, war Granok überzeugt. »Urak«, wandte sich Margok an den Abtrünnigen. »Mein Gebeter, tu, was ich dir befohlen habe.« Der Ansturm des Elfenheeres war ins Stocken geraten. Nicht nur die Legionäre, auch ihre Anführer starrten schockiert auf das Gebilde, das sich hoch in den Nachthimmel reckte, und sogar die Ilphantodion an Größe weit übertraf. Es war schwer zu sagen, was die Kämpfer mehr entsetzte. Die riesigen, schwertartigen Klingen, die sich wie Windmühlenflügel drehten und die kalte Luft mit wuchtigen Schlägen geißelten oder die Tatsache, dass das Ding zischend Dampfwolken ausstieß und sich dabei wie von selbst bewegte. Auf großen, metallenen Rädern rollend, bewegte es sich Stück für Stück auf die Linien der Angreifer zu, begleitet von Horden lauthalsbrüllende Orks, die es umtanzten wie einen Götzen. Und während es sich weiter wälzte und immer näher kam, flammte die Kristallpforte ein weiteres Mal auf und entließ einen zweiten Turm, nicht weniger groß und furchteinflößend als der erste. Was ist das nur, erkundigte sich König Elidor, der sein Pferd an Farawins Seite gezügelt und Mühe hatte, das nervös tänzelnde Tier in Zaum zu halten. Ich wünschte, ich könnte es euch sagen, Majestät, entgegnete der Zauberer. Etwas Vergleichbares habe ich noch nie erblickt und ich... Meister Farawin, schaut! Einer von Elidors Leibwächtern hatte gerufen und deutete aufgeregt an der Frontseite eines der Türme empor. Farawin folgte seinem Fingerzeig und was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Nicht nur, dass die riesigen Gebilde heißen Dampfspien und sie wie von Geisterhand bewegten. Nicht genug damit, dass sie mit dicken Eisenplatten gepanzert waren und dadurch schier unzerstörbar wirkten. Der Feind hatte sich noch einer anderen Maßnahme bedient, um sie vor gegnerischem Beschuss zu bewahren. Ganz oben auf den Türmen waren je zwei Gefangene angekettet, die als lebende Schutzschilde dienen sollten und Farawins Entsetzen war grenzenlos, als er die angesichts der schieren Größe der Maschinen dünn und zerbrechlich wirkenden Gestalten erkannte. Auf dem einen Turm standen Alana und Granok, auf dem anderen Rambok und Aldor. Das also war ihnen widerfahren. Die Erkenntnis traf den Zauberer mit der Wucht eines Axtiebs und hätte ihn fast aus dem Sattel geworfen. Nur mit Mühe hielt er sich aufrecht, während Maeve neben ihm in Tränen ausbrach. Wie oft hatten sie in den letzten Tagen an die drei Eingeweihten gedacht, wie sehr gehofft, dass sie wohlbehalten zurückkehren würden. Aber all diese Hoffnungen wurden in diesem Augenblick zunichte gemacht und, was noch schlimmer war, die Mission, auf die Farawin seine jungen Schützlinge entsandt hatte, hatte sich im Nachhinein als völlig sinnlos erwiesen. Das sind Elfen! Sie halten Elfen gefangen! Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht. Zunächst in der Reiterei, dann auch im Fußvolk, dessen Vormarsch ebenfalls zum Stillstand gekommen war. Von den Offizieren bis hinab zu den niedersten Rängen griff das Entsetzen wie eine Seuche um sich. Der Anblick der Gefangenen, die sich dort oben hilflos in ihren Ketten wandten und die Münder zu lautlosen Schreien geöffnet hatten, erschreckte die Soldaten noch ungleich mehr als jener der Unholde und Farawin wusste, dass er etwas unternehmen musste. Einen Augenblick lang überlegte er. Dann traf er eine Entscheidung. Bogenschützen! befahl er mit lauter Stimme. Wir brauchen die Bogenschützen! Was habt ihr vor? fragte Elidor. Ein Zeichen setzen, gab Farawin tonlos zur Antwort. Er bemerkte den furchtsamen Blick, den Maeve ihm zuwarf, aber er reagierte nicht darauf, aus Sorge ins Zweifeln zu geraten. Der Zauberer wusste, dass kein Elfensoldat seine Waffe erheben würde, solange der Feind ein solch schreckliches Druckmittel in der Hand hatte, und es gab nur einen Weg, es ihm zu nehmen. Ein Trupp Bogenschützen eilte atemlos heran. Die Gefangenen! rief Farawin nur und deutete zu den Türmen hinauf. Sie sind das Ziel! Befreit sie aus ihrer irdischen Gefangenschaft! Nein! widersprach Maeve laut. Das könnt ihr nicht tun! Glaubt ihr, denn es fiel mir leicht, Schwester? Wir haben keine andere Wahl, sonst hat der Dunkelelf diese Schlacht gewonnen, noch ehe sie begonnen hat. Die Zauberin widersprach nicht. Sie wusste, dass er recht hatte. Aber es schien ihr das Herz in der Brust zu zerreißen. Farawin zögerte noch einen Augenblick. Schießt! wies er dann die Bogenschützen an. Aber die Entfernung ist viel zu weit, Sire. Unsere Pfeile vermögen sie nicht zu überbrücken. Überlass das mir! beschied der Zauberer ihnen barsch und die Soldaten taten, was von ihnen verlangt wurde. Hastig legten sie Pfeile auf die Sehnen, zogen sie kraftvoll zurück, sodass sich die elfischen Langbogen bis zum Zerreißen spannten und entließen sie hinaus in die Nacht. Tu es nicht, Bruder, raunte Maeve Farawin schluchzend zu. Es ist ein Frevel an allem, woran wir glauben. Doch Farawin hatte sie entschieden. In dem Augenblick, da die Pfeile ihre Spitzen senkten und noch lange vor dem feindlichen Heer niederzugehen drohten, ergriff eine unsichtbare Kraft von ihnen Besitz und trug sie weiter. Allen Naturgesetzen zum Trotz überbrückten sie die weite Distanz und von zielsicherer Hand geführt bohrten sie sich in die Herzen der unglücklichen Gefangenen. Nein, schrie Maeve, was habt ihr nur getan? Was ich tun musste, erwiderte der Zauberer, ehe er in einer entschlossenen Geste seinen Flasfin in die Höhe stieß und seinem Pferd die Spuren gab. und nun zum Angriff für das Elfenreich und die Freiheit! Selbst als die Pfeile schon in der Luft gewesen waren, hatte Granok noch nicht geglaubt, dass Farawin so kaltblütig sein würde. In dem Moment jedoch, als ihre Doppelgänger durchbohrt worden waren, war ihm nichts anderes übrig geblieben, als der Wahrheit ins Auge zu blicken. Sein alter Meister hatte sie kaltblütig geopfert. Nun, erkundigte sich die hämische Stimme des Dunkelelfen, was habe ich euch gesagt? Farawin schert sich nicht um euch, ihm ist gleichgültig, was aus euch wird. Das ist nicht wahr, widersprach Granok so verzweifelt, als müsste er sich selbst überzeugen. Hast du es nicht soeben mit eigenen Augen gesehen? Dein geliebter Meister hat nicht gezögert, euch zu töten. Und das nach allem, was ihr für ihn getan habt. Das waren wir nicht, zischte Alana, und natürlich hat er den Betrug durchschaut. Glaubt ihr das wirklich? Einmal mehr hatte Granok das Gefühl, dass man nichts vor ihm verbergen konnte. Ich denke, ihr alle wisst es besser. Farawin hat euch für seine Ziele eingesetzt, solange ihr ihm nützlich wart, als seine Werkzeuge hat er euch missbraucht. In dem Augenblick jedoch, da ihr euch hätte helfen sollen, hat er euch schmählich im Stich gelassen. Nein, schrie Granok, aber die Wahrheit war, dass der Dunkelelf ihm aus der Seele sprach. Es waren genau die dunklen Gedanken, die Granok tief in seinem Inneren hegte, auch wenn er es niemals gewagt hätte, sie laut zu äußern. Ihr alle habt es mit eigenen Augen gesehen. Warum leugnet ihr es noch länger? Ich kann euren Zorn fühlen, die Wut in eurem Herzen und die Enttäuschung. Granok biss sich auf die Lippen, er schämte sich dafür, es sich einzugestehen, aber auch in dieser Hinsicht hatte Marok recht. Er war wütend und er war enttäuscht. Er konnte nicht glauben, dass Farawin nicht einmal den Versuch unternommen hatte, sie zu befreien. Lag dem Zauberer tatsächlich so wenig an ihnen? Hatte er sie über all die Jahre getäuscht? Wenn es nach euren sogenannten Freunden ginge, nach dem Orden, die mir die Treue geschworen habt, so wärt ihr jetzt tot, fuhr der Dunkelelf fort. Ich jedoch habe euch am Leben gelassen und ich biete euch weit mehr als das. Straft jene, die euch verraten haben und schließt euch mir an. Ich, Marok, bin gewillt, euch in meiner Reihen aufzunehmen. Der Dunkelelf streckte seine rechte Klauenhand nach den Eingeweihten aus, so als wollte er sie packen und an sich ziehen. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt, denn ich war einst jung wie ihr. Ich weiß, was es heißt, die Kraft der Magie in seinen Adern zu spüren und vom hohen Rat beständig in seine Schranken gewiesen zu werden, klein gehalten werden von Zauberern, deren Fähigkeiten ungleich geringer und die von Neid zerfressen sind. Ihr wisst doch, wovon ich spreche, nicht wahr. Allerdings, bestätigte Aldor. Nein, widersprach Alana entschieden. Das wissen wir nicht. Du darfst dich nicht seiner Sichtweise ergeben. Aber er hat recht. Hat der Rat etwa nicht versucht, uns in Misskredit zu bringen? Hat Farawin uns etwa nicht verraten? Der Hohe Rat ist nicht vollkommen, das stimmt, räumte die Elfin ein. Aber er setzt sich für die Belange des Reiches ein. Den Dunkelelfen hingegen geht es nur darum, alles zu vernichten, was unsere Welt ausmacht. Wer sagt das? fauchte Margok und trat auf sie zu. Das furchterregende Haupt, drohend gesenkt und die faulichtgrünen Zähne zu einem Grinsen entblößt. Hat Farawin euch das erzählt? Ist es das, was er euch glauben macht? Dass ich alles zerstören will? Das braucht er nicht, konterte die Elfin tapfer, während sie gleichzeitig das Gefühl hatte, den Verstand zu verlieren, angesichts der tödlichen Kälte, die er entgegenschlug. Ein einziger Blick in die Chroniken genügt, um zu zeigen, wozu ihr fähig seid. »Ich«, brüllte der Dunkelelf voller Zorn, »bin die Erneuerung! Wer soll das Elfengeschlecht in die Zukunft führen? Der Knabe auf dem Königsthron? Die alten Männer und Frauen im Rat? Sie alle werden den Niedergang nicht aufhalten können. Ich hingegen kann das Reich zu neuen Horizonten führen!« Indem ihr es unterjocht und eine Schreckensherrschaft errichtet? Es kostete Alana ihre ganze Überwindung nicht, vor der Bosheit zu kapitulieren, die von der grässlichen Gestalt ausging. Sie blickte ihr in die glutenden Augen und für einen Moment fürchtete sie, Margok könnte sie in seinem Zorn zerschmettern. Aber der Dunkelelf beherrschte sich. »Was Erdwelt, mehr als alles andere braucht, ist Erneuerung«, stellte er klar. »Durch einen Toten?« schrie Alana. »Ich habe mehr Leben in mir, als du es dir vorzustellen vermagst«, versicherte Margok. Und noch ehe die Elfin oder einer ihrer Kameraden begriff, was geschah, war der Dunkelelf von dunklem Rauch umhüllt. Dumpfes Hohngelächter erklang, das in weiter Ferne zu verebben schien, und als der Rauch sich wieder auflöste, war Margok verschwunden. In diesem Augenblick begann jenseits des Flusses die Schlacht. Just in dem Augenblick, als die Lanzenträger der Elfen auf das Heer der Menschen trafen und die Reiterei kurz davor war, in die Reihen der Unholde zu fahren, nahmen die Mühlen des Todes ihre Arbeit auf. Die Türme, die vor den heranpreschenden Reitern riesenhaft in die Höhe wuchsen, bewegten sich nicht mehr vorwärts, doch die Kräfte in ihrem Inneren waren längst nicht versiegt. Fauchend entwich Dampf aus metallenen Nüstern, und nicht nur die Flügel drehten sich, sondern die ganze gigantische Konstruktion begann, um ihre eigene Achse zu rotieren. Mit furchtbarer Wucht gingen die Klingen nieder und erreichten die Krieger, die zuvorderst stürmten. Messerscharf, geschliffener Stahl, Schnitt ohne auf Widerstand zu treffen durch Pferde und Reiter. Entsetzt sah Farawin, wie ein stolzer Elfenkrieger samt seinem Ross halbiert wurde. Ein anderes Tier wurde enthauptet und galoppierte noch ein Stück weiter, ehe es zusammenbrach und sein Herr sich beim Sturz aus dem Sattel das Genick brach. So ging es weiter. Mit hässlichem Fauchen, im grausamen Rhythmus der Vernichtung, gingen die Klingen ein um das andere Mal nieder und fanden reichlich Nahrung. Zwar versuchten die heranstürmenden Reiter, den mörderischen Windmühlenflügeln auszuweichen, jedoch setzten sich die beiden Türme nun wieder in Bewegung, fuhren mitten in ihre Reihen und sähten nach allen Seiten verderben. Sie waren wie Klippen, an denen sich die Wellen der Angreifer brachen, in einer Gischt aus Blut und durchtrennten Gliedmaßen. Aber so sehr sie unter den Elfenreitern wüteten, viele von ihnen entgingen der tödlichen Maschinerie, jedoch nur, um schon im nächsten Augenblick auf ein nicht weniger gefährliches Hindernis zu treffen. Die Orks, in Ermangelung einer organisierten Schlachtordnung drängten sich die Unholde dicht aneinander, getrieben von der Gier nach Blut und Beute. Die Speere, die die heranjagenden Reiter schleuderten, fanden ohne Ausnahme ihr Ziel und kosteten die Orks die ersten Todesopfer. Dann trafen Reiter und Unholde aufeinander und Elfenklinge und Saperak kreuzten sich. Der Lärm war unbeschreiblich. Nicht nur das Geklirr der Waffen, die Funken schlagend aufeinandertrafen, sondern auch das Gebrüll der Orks, die allesamt in Blut rünstige Rasereien in Saob verfallen waren. Mit der Wucht ihres Angriffs trieben die Elfen einen Keil in sie hinein. Die einen Unholde wurden von Schwerthieben gefällt, andere kurzerhand niedergeritten. Und im nächsten Moment fanden sich die Elfenkrieger inmitten eines blutigen Gemetzels, das in den Reihen der Orks entbrannte. Und der König selbst war im Zentrum des Kampfes. Für das Elfenreich und die Freiheit führte Elidor den Schlachtruf auf den Lippen, den er selbst ausgegeben hatte, während seine schlanke Klinge abwechselnd nach beiden Seiten fuhr. Ein großer Ork, dem er damit die Kehle durchschnitt, brach gurgelnd zusammen. Ein anderer Unhold drosch mit einer Keule nach ihm. Seinen jugendlichen Reflexen gehorchend riss der König seinen Schild empor und wehrte den Hieb ab, der jedoch so heftig war, dass er das Metall verbeulte und es Elidor vom Arm riss. Der König schrie entsetzt auf, als er seinen Schild davonfliegen sah und der Ork setzte nach, um ein zweites Mal zuzuschlagen. Dass er nicht dazu kam, lag an dem Tartan, der ihn erfasste, fast senkrecht in die Höhe riss und in die Kriegsspeere zweier nachrückende Artgenossen stürzen ließ, die ihn durchbohrten. »Lasst Vorsicht walten, Majestät!« riet Farawin dem jungen Herrscher, der unter dem Visier seines Helmes vor Kampfeslust schnaubte. »Er dient euren Männern nicht, indem ihr euch erschlagen lasst!« Elidor bedankte sich, indem er die Klinge kurz vors Gesicht führte, um sich schon im nächsten Moment wieder den Unholden zuzuwenden, die ihn von beiden Seiten bedrängten. Farawin blieb an seiner Seite und streckte einen weiteren Ork nieder, indem er ihn durch die Luft schleuderte. Dann war ein Unhold heran, dessen verbeulter Helmer kennen ließ, dass er schon viele Kämpfe ausgetragen und überlebt hatte. Und das Grinsen, das die gelben Hauer entblößte, verriet, dass der Ork auch diesen Kampf zu überstehen gedachte. »Bast los!« bräulte er und wollte mit dem Saparag zustoßen, um den Zauberer aus dem Sattel zu heben. Der Angriff erfolgte so schnell, dass Farawin keinen weiteren Gedankenstoß wirken konnte. Stattdessen riss er sein Pferd herum und versetzte dem Unhold einen harten Tritt vor die Brust. Der Ork taumelte und schrie erbost auf und in diesem Moment fuhr das Ende des Zauberstabs in seinen Schlund. Der Unhold zuckte und räuchelte, während die Energie, die aus dem Ende des Flasphien zuckte, sein Inneres verzehrte. Rauch quoll ihm aus den Nüstern und aus den Ohren, dann brach er leblos zusammen. Farawin riss seinen Zauberstab aus dem leblosen Kadaver und wandte sich abermals um, nur um zu sehen, wie General Tulian in einer Meute grüner Leibe und rostige Rüstungen unterzugehen drohte. Der Offizier hatte den Fehler begangen, sich von einer Scharangreifer vom Pulk der Reiter fortlocken zu lassen und sah sich nun von Orks umzingelt. Farawin überlegte, sich zu ihm durchzuschlagen, aber dann hätte er Elido ungeschützt zurücklassen müssen. Er begnügte sich notgedrungen damit, einen Tartan zu vollbringen und einige der Angreifer beiseite zu fegen. Angesichts der Massen, die auf Tulian einstürmten, war dies jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und im nächsten Moment zuckte ein Saperag vor, glitt am Harnisch des Generals ab und drang oberhalb davon in seinen Hals. Blut trat hervor, als die mit Widerhaken versehene Waffe brutal aus der Wunde gerissen wurde, und die Orks jubelten, als Tulian seitwärts aus dem Sattel glitt. Grobe Pranken packten ihn und rissen ihn zu Boden und für einen Moment war nichts mehr vom Oberbefehlshaber der Elfenarmee zu sehen, bis seine grüne Klaue erschien, die triumphierend ein abgeschlagenes Haupt schwenkte. Farawins Innerstes empörte sich ob dieser Barbarei. Auch er griff zum Schwert und spaltete einem unbehemmten Ork den Schädel. Dann brachte er wieder den Flasfin zum Einsatz und schmetterte eine ganze Reihe von Angreifern zurück, die sich dem König genähert hatten. »Was soll das?« beschwerte sich Elidur, der sich als sehr viel geschickterer Streiter erwies, als Farawin angenommen hatte. »Lasst mich kämpfen!« »Habt Geduld!« konterte der Zauberer Düster. »Der Tod kommt noch früh genug.« Und obwohl sie ihn den Seher nannten, hatte er keine Ahnung. Wie recht er mit dieser Bemerkung behalten sollte. Denn just in dem Augenblick, als es der elfischen Reiterei gelungen war, die Reihen der Orks zu durchbrechen und ihren ungeordneten Haufen in zwei Teile zu trennen, tauchte hinter ihnen eine zweite Schlachtreihe aus der Dunkelheit auf, die Ilphantodion. Nachdem sie durch die Kristallpforte gekommen waren, hatten die Tiere den Westfluss durchquert und stampften nun die Uferböschung herauf. Inzwischen waren es noch mehr geworden. Farawin zählte zehn von ihnen und er begann zu ahnen, wie sich Königin Raina einst in der Schlacht von Skaria gefühlt haben musste. In breiter Front griffen die Monstren aus grauer Vorzeit an, Seite an Seite, sodass sie wie eine Mauer wirkten, die sich auf die Elfen zuwälzte. Ihre Stoßzähne waren furchterregend anzusehen, ebenso wie die pfeilerartigen Beine, die alles unter sich zu zertreten schienen. Stirn und Rüssel waren gepanzert und auf dem Rücken trugen die Tiere Körbe, in denen Armbrustschützen kauerten Zwerge, wie Farawin zu seinem Entsetzen erkannte. Der Zauberer wusste nicht, wie der Dunkelelf sie aufgeboten hatte, aber es waren weitere Gegner, die es zu bekämpfen galt. Der Anblick der herannahenden Kampfkolosse verfehlte seine Wirkung nicht. Viele Pferde scheuten, als sie die Gefahr erkannten, und einige Elfenkrieger verzügelten ihre Tiere angesichts des nahenden Verderbens, das die Erde erbeben ließ. Gehetzt schaute sich Farawin um. Die Attacke der Reiterei hatte an Schwung verloren. Das Feld sich aufgefächert, und in diesem Moment erklang noch ein weiterer, schauriger Warnruf. Die Todesmühle, sie kommen zurück! Farawins schneeweißes Streitroß wierte, als er es am Zügel riss. Es bäumte sich auf, und er drehte es auf der Hinterhand herum. Sein Blick fiel auf die Kampfmaschinen, die auf der anderen Seite des Schlachtfelds standen und die sie längst überwunden glaubten, und tatsächlich! Die beiden Türme hatten sich wieder in Bewegung gesetzt. Mit rotierenden Flügeln rollten sie jetzt in die entgegengesetzte Richtung, der Reiterei hinterdrein, und offenbar in der Absicht, sie zwischen sich und den herannahenden Ilphantodion zu zermalmen. Dass dabei auch Scharen von Orks niedergemetzelt würden, die sich ebenfalls zwischen den Polen der Vernichtung befanden und den heftigen Scharmützel verstrickt waren, scherte niemanden. Es war Margoks Art, Krieg zu führen. Farawins Blicke flogen hin und her. Nach den Seiten ausweichen konnten sie nicht. Im Süden tobte der Kampf zwischen den Menschen und dem Fuß her, sodass es dort kein Weiterkommen gab. Wichen sie nach Norden aus, gaben sie den Bodenpreis, den sie eben erst so mühsam erkämpft hatten, und ermöglichten es den Orks, den elfischen Fußkämpfern, in die ungeschützte Flanke zu fallen. Fieberhaft suchte der Zauberer nach einem Ausweg und kam zu dem Schluss, dass einer der beiden herannahenden Fronten weichen musste, wenn schon nicht die Todesmühlen, so noch wenigstens die Ilphantodion. Kümmert euch um Elidor, wies er Maeve an, die ihr unruhig schnaubendes Pferd neben seinem gezügelt hatte. Beide Enten ihres Flasphien waren mit dunklem Orkblut besudelt, ebenso wie ihre Robe und der Hanisch, den sie darüber trug. Was habt ihr vor? Etwas ändern, schnaubte der Älteste, oder diese Schlacht wird in wenigen Augenblicken zu Ende sein. Damit ließ er die Zügel schnalzen und trieb sein Pferd an. Der Hengst schritt kräftig aus und trug seinen Reiter in einer Fontäne von aufgeworfenem Erdreich davon, der Front der Kampfkolosse entgegen. Es war ein atemberaubender Anblick, den Zauberer einsam und allein auf die heranstampfenden Monstren zureiten zu sehen, den Zauberstab erhoben und mit wehendem Umhang, während sich vor ihm, jenseits der schroffen Grate des Schwarzgebirges, der neue Tag als zaghafter Lichtschein andeutete. Ein Hauch von Hoffnung, der jedoch schwand, je näher Pharaven den Elphantodion kam. Riesenhaft wuchsen sie vor ihm in die Höhe und verdeckten mit ihren ungeheuren Körpern den grauenden Himmel. In diesem Moment lösten sich die ersten Armbrustbolzen und schwirrten dem Zauberer mit tödlicher Präzision entgegen. »Tötet sie! Tötet sie alle! Nehmt Rache für Irrwein von Andaril!« Ortweins Kriegsgeschrei gelte durch das Zwielicht des dämmernden Morgens, während er gleichzeitig sein Schwert niederfahren ließ. Die blutige Klinge bohrte sich tief in die Schulter des Elfenkriegers, der vor ihm am Boden kauerte, verwundet durch einen Pfeil. Der Legionär, dem Aussehen nach ein junger Mann, aber wer vermuchte das bei Elfen schon mit Bestimmtheit zu sagen, riss entsetzt die Augen auf und kippte dann nach vorn auf die blutdurchtränkte Erde. Schnaubend wie ein Stier, am ganzen Körper bebend vor wilder Kampfeswut, riss Ortwein seine Klinge heraus und fuhr herum. Seinen Schild hatte er längst eingebüßt, stattdessen führte er das Schwert mit beiden Händen. Unentwegt ließ er es kreisen, während überall ringsum ein entsetzliches Gemetzel im Gang war. Die Schlachtordnung hatte sich aufgelöst. Schon der Pfeilhagel, den die Elfen hatten niedergehen lassen, hatte viele von Ortweins Kämpfern das Leben gekostet. Vor allem unter den Bauern und Leichtbewaffneten, die über keine Schilde verfügten, hatten die Elfenpfeile für erhebliche Verluste gesorgt. Die Gegenwehr von Ortweins Bogenschützen hingegen waren den mandelförmigen Elfenschilden beinahe wirkungslos abgeprallt. Die Katapulte und Pfeilschleudern, die ihr unheimlicher Befehlshaber auf magische Weise herangeschafft hatte, hatten daraufhin die Arbeit aufgenommen. Die Geschosse waren wie Blitze in die Reihen der Elfen gefahren und hatten viele von ihnen das Leben gekostet. Aufgehalten hatte es sie jedoch nicht. Denn kurz darauf waren die beiden Heere aufeinander getroffen und viele der Clans Männer und der Söldner aus den Oststädten hatten schon beim ersten Ansturm der elfischen Lanzenträger ein unrühmliches Ende gefunden. Mit einer Verbissenheit, mit der Ortwein nicht gerechnet hatte, hatte der Feind die tödliche Phalanx vorangetrieben und erst durch das Eingreifen der gepanzerten Reiterei war es gelungen, sie zu stoppen. Den Cordon der Angreifer durchbrochen hatten jedoch die Eisbarbaren, die in Ortweins Armee kämpften. In wilder Raserei verfallen und den Tod deshalb nicht fürchtend, hatten sie sich in die Reihen der Elfenkrieger geworfen und mit ihren Keulen und Äxten um sich geschlagen. Mit dem Erfolg, dass eine Bresche entstanden war, in die Ortwein und seine Kämpen nachgesetzt waren. Daraufhin war die Schlacht vollentbrannt. Solange er noch zu Pferde gekämpft hatte, hatte Ortwein noch einigermaßen die Übersicht behalten. Dann jedoch hatte ein verirrter Pfeil seinen Rappen in den Hals getroffen und das Tier war unter ihm zusammengebrochen. Den Elfenkrieger, den es halb unter sich begraben hatte, hatte der Fürst von Andaril mit einem gezielten Streich enthauptet. Dann hatte er sich begleitet von den Kämpfern seiner Leibgarde in das blutige Getümmel gestürzt. Und während er wie von Sinnen um sich schlug und sah, wie seine Getreuen rings um ihn fielen, musste er begreifen, welches Spiel Rurak mit ihm gespielt hatte. Der Zauberer hatte in der Tat seine eigenen Pläne verfolgt. Und während Ortwein noch davon geträumt hatte, gegen Tirgas Lahn zu marschieren und die Elfenstadt zu plündern, hatte ihr unheimlicher Befehlshaber das Heer bereits nach Südwesten geführt, um sich mit den Orks zu verbünden. An vieles hatte Ortwein gedacht, aber gewiss nicht daran, mit Unholden gemeinsame Sache zu machen. Doch der Pakt, den er geschlossen hatte, zwang ihn dazu. Und so blieb ihm nur, weiterzukämpfen und zu versuchen, inmitten des wogenden Chaos die Oberhand zu behalten. Plötzlich fühlte er zwischen den Schulterblättern einen schmerzhaften Stich. Blitzschnell fuhr er herum und hieb die Pike beiseite, die von irgendwo aus dem Getümmel herangezuckt war. Er wollte seine Leibwächter zurechtweisen, die die Aufgabe hatten, ihm den Rücken freizuhalten, aber sie war nicht mehr da. Alle lagen sie erschlagen in ihrem Blut und es war an den Söldnern aus Giernag und Taig, den Fürsten Anderels zu verteidigen, wie sich die Zeiten änderten. Mit einem lauten Schrei auf den Lippen, der mehr Verzweiflung den Kampfesmut zum Ausdruck brachte, drang Ortwein auf die Elfenlegionäre ein, die von der linken Flanke herandrängten. Der Hieb, den er führte, war so heftig, dass er einem der Krieger den Helm vom Kopf riss. Der Elf lebte noch lange genug, um den Hass in Ortweins Augen lodern zu sehen. »Höhe meinen Vater!« schrie der Fürst und stach zu. Der Elf fiel und ein weiterer Krieger sprang an seine Stelle, der jedoch nicht wie ein gewöhnlicher Legionär gekleidet war. Seiner aufwendigen Rüstung und dem von Rosser gezierten Visierhelm nach handelte es sich um einen hohen Offizier, wenn nicht gar einen General. Und Ortwein wusste, dass er ihn töten musste, wenn er die Schlacht gewinnen wollte. »Du!« schrie er, als müsste er die Aufmerksamkeit des Kriegers erst noch auf sich ziehen. Dann schlug er auch schon auf ihn ein. Der General, der noch seinen Schild hatte, brachte diesen empor und wehrte den Hieb scheinbar mühelos ab, um dann seinerseits einen Ausfall vorzutragen. Ortwein entging der Klinge, indem er ihr blitzschnell auswich, dann führte er seine eigene Waffe senkrecht empor. Die Stichwunde zwischen seinen Schulterblättern schmerzte dabei, aber er scherte sich nicht darum. Sein einziges Ansinnen war es, den Elfengeneral zu töten und den Feind so eines Anführers zu berauben. Das blutige Morden ringsum ging weiter, begleitet vom Geklirr der Waffen und dem Schreien der Sterbenden und Verwundeten, aber Ortwein nahm es nicht mehr wahr. Der Fürst von Andaril hatte nur noch Augen für seinen Gegner, auf den er seinen ganzen Hass und seine Aggression lenkte. Zwar entging der General seiner Attacke um Haares Breite, doch sofort setzte Ortwein nach und brachte einen zweiten Hieb an, der so kräftig geführt war, dass er den Elfen ins Wanken brachte. Mit einem dumpfen Aufschrei warf sich Ortwein nach vorn und rempelt ihn an und der Elfenkrieger stolperte über eine Leiche, die hinter ihm lag und die so mit Blut und Dreck überzogen war, dass man nicht mehr feststellen konnte, auf welcher Seite der Gefallene gekämpft hatte. Der General stürzte und ging zu Boden. Sofort war Ortwein über ihm, um ihm mit einem Triumphgeschrei die Klinge in den Hals zu rammen. Aber einmal mehr war ihm der Schild des Elfen im Weg. In rascher Folge drosch Ortwein darauf ein, bis das zerbeulte Metall am Arm des Generals wertlos geworden war. Mehrmals hintereinander trafen ihre Klingen aufeinander. Dann gelang es dem Fürsten von Andaril eine Finte vorzutragen, die den Elfen dazu brachte, einen entscheidenden Fehler zu begehen. In der Absicht, seinen Gegner zu durchbohren, stieß er seine Klinge empor. Doch Ortwein hatte damit gerechnet und wich rechtzeitig aus. In einer fließenden Bewegung fuhr er herum und durchtrennte den Schwertarm des Elfen mit einem einzigen Hieb. Der General schrie auf, als seine Hand davonflog, die gebogene Elfenklinge noch umklammernd und ein Blutschwall aus dem Stumpf stürzte, der sein Gewand und seine Rüstung besudelte. Hohnlachend warf sich Ortwein auf ihn, um das Schwert, dessen Spitze nach unten zeigte und das er mit beiden Händen umklammerte, in sein Herz zu rammen. Der Elfenkrieger wusste, dass er besiegt war, stieß das Visier seines Helmes auf. Die Blicke der beiden Männer begegneten sich und für einen Augenblick sah Ortwein die Fassungslosigkeit in den Augen seines Gegners. Hochmütiger Bastard, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und wollte erbarmungslos zustoßen, als plötzlich ein Schatten auf ihn fiel und etwas aus der Luft heranschoss. Ortwein von Andaril begriff nie, was aus dem Halbdunkel heranfegte, ihn mit knorrigen Krallen packte und ihn die Höheres. Er schrie, als es senkrecht emporging und für einen Augenblick genoss er das zweifelhafte Vergnügen, hoch über dem Geschehen zu schweben und auf das wogende Chaos und die morgengrauen blitzenden Klingen und Rüstungen zu blicken. Es war ein Moment der Entrückung, in dem Ortwein nichts anderes hörte als das Geräusch des Windes und seinen eigenen stoßweisen Atem. Und indem er es bitter bereute, den Schwur seines Vaters erneuert zu haben, einen Herzschlag später ließen die Krallen ihn los und Ortwein stürzte zurück zur Erde, dem Schlachtfeld entgegen. Faravin hatte nichts mitbekommen von dem, was sich am anderen Ende des Schlachtfälles ereignete. Mit einem gezielten Gedankenstoß hatte er die Bolzen abgewehrt, die die Zwerge in den Schützenkörben auf ihn abgegeben hatten, und er hielt weiter auf die Elphantodion zu, ein einsamer Streiter gegen einen übermächtigen Gegner, der jedoch plötzlich Gesellschaft erhielt. Zwei Reiter waren plötzlich neben ihm, der eine links, der andere rechts, und sein Erstaunen war grenzenlos, als er Meisterin Maeve erkannte und Elidor. Was soll das? schrie er. Wir begleiten euch, verkündete der König entschieden. Nein, kehrt sofort um! Erdwelt braucht euch lebend! Auf keinen Fall werde ich umkehren, entgegnete der junge Monarch durchtrotzig! Ihr habt mir beigebracht, was es bedeutet, König zu sein! Ich werde euch jetzt nicht im Stich lassen! Taravin widersprach nicht mehr. Elidors Haltung beeindruckte ihn, und er sagte sich, dass er ganz offenbar den Starrsinn seines Vaters Gavildur geerbt hatte, nur dass er ein sehr viel besserer Herrscher war als dieser. Gemeinsam jagten sie weiter, bereit, den aussichtslosen Kampf auszutragen. Taravin konzentrierte sich, um einen weiteren Tartan anzuwirken, der so stark ausfallen musste, dass er einen der Kampfkolosse aus der Bahn warf. Aber der Zauberer bezweifelte ernstlich, ob so etwas überhaupt möglich war. Jetzt! Die Ilphantudion waren bis auf fünfzig Schritte heran. Furchterregend groß ragten sie vor ihnen in die Höhe, und erneut schwirrten Armbrustbolzen durch die Luft, die Maeve abwehrte. Taravin konzentrierte sich und entließ einen Gedankenstoß, der so heftig war, dass der Sog, den er entwickelte, das Erdreich emporriss und den Boden durchpflügte. Man konnte sehen, wie er auf die Phalanx der Kampfkolosse zuschoss. Um im nächsten Moment, beinahe wirkungslos daran zu zerplatzen. Der Bulle, auf den der Zauberer seine Attacke gerichtet hatte, wankte ein wenig, trampelte jedoch unbeirrt weiter. Flieh! schrie Faravin seinen beiden Begleitern zu und zügelte abermals sein Pferd. Kehrt sofort! Das letzte Wort blieb ihm im Hals stecken, als er einen scharfen Einstich in seiner Schulter fühlte. Ein Pfeil! In einem Augenblick der Unaufmerksamkeit hatte eines der feindlichen Geschosse die Abwehr durchdrungen und ihn getroffen. Faravin schrie auf und verlor für einen Moment die Kontrolle über sein Pferd. Angesichts der heranstürmenden Kolosse scheute das Tier und warf ihn ab. Der Zauberer wusste nicht, wie ihm geschah, als er sich plötzlich auf dem Erdboden liegend wiederfand, der unter den Tritten der Elphantodion erzitterte. Entsetzt schaute Faravin an ihnen empor, sah die gewaltigen Stoßzähne und rechnete damit, im nächsten Moment entweder aufgespießt oder zertrampelt zu werden, als plötzlich eine schwere Erschütterung durch den Boden lief, gegen die das Augenblick, nahm Faravin einen Schatten wahr, der dicht über dem Boden dahin raste, unmittelbar vor den Elphantodion. Die Tiere reagierten panisch. Eines von ihnen scheute und richtete sich auf den Hinterbeinen auf, worauf die Insassen des Schützenkorbes schreiend in die Tiefe purzelten, nur um unter den Beinen ihres eigenen Reittiers ein grässliches Ende zu finden. Der Vormarsch der Giganten kam schlagartig ins Stocken. Gleichzeitig durchlief ein neuerlicher Erdstoß den Boden, diesmal noch heftiger als zuvor, und entlang der Flugbahn des Schattens, unmittelbar zwischen Faravin und den Elphantodion, entstand mit einem berstenden Geräusch ein Riss im Boden. Was bei Albans Licht? Verwirrt sah der Zauberer, wie sich der Riss verbreiterte. Der Boden teilte sich, und ein Graben von mehreren Klaff dann breit entstand. Einer der Kampfkolosse kam ihm zu nah. Das Erdreich an der Abbruchkante rutschte ab, und das Tier brach mit den Vorderläufen ein. Panisch brüllend ging es nieder, während es seine Reiter von seinem breiten Rücken schüttelte, und das Erdbeben dauerte an. Eine schwere Erschütterung nach der anderen ließ den Boden erzittern, und immer noch mehr Risse entstehen. Ein weiterer Elphantodion, dessen Besatzung noch abzuspringen versuchte, versank in einer Erdspalte, und unter markigen Getöse, welches das panische Trompeten der Tiere übertönte, wurden bis hinüber zum Flussufer ganze Bodenschollen aufgeworfen, die sich übereinander schoben. Die Schlachtordnung der Kampfkolosse hatte sich längst aufgelöst. Die Tiere rannten wild durcheinander und rannten sich gegenseitig, und wer von den Reitern noch nicht abgeworfen worden war, der bemühte sich verzweifelt, die sich wie von Sinnen gebärdenden Giganten wieder unter Kontrolle zu bringen. Betroffen schaute Farawin auf das chaotische Schauspiel, das sich auf der anderen Seite des Grabens abspielte, der sich so unvermittelt gebildet hatte. Erst ganz allmählich dämmerte ihm, dass er gerettet war. Und er begriff auch, wem er diese Rettung zu verdanken hatte. Bruder, ist alles in Ordnung mit euch? Maeve und Elidor die seine Warnung zunächst befolgt hatten, dann aber, als sie gesehen hatten, was den Elphantodion widerfuhr, wieder umgekehrt waren, zügelten ihre Rösser unmittelbar vor ihm. Es geht schon, versicherte der Zauberer und raffte sich auf die Beine, worauf er mit einem beherzten Griff den Pfeil aus der Schulter zog. Offenbar war die Spitze mit einem leichten Gift getränkt gewesen, aber seine Selbstheilungskräfte würden damit fertig werden. Wie konnte mein Vater nur je an euch zweifeln, Meister Farawin, fragte Elidor, während er vom Rücken seines Pferdes aus die Kampfkolosse beobachtete, oder vielmehr das, was noch von ihnen übrig war. Zwei hatten sie auf dem Boden gewälzt, um ihre Reiter loszuwerden und sie dabei zermalmt. Der Rest war zum Fluss geflüchtet. Ihr seid in der Tat ein mächtiger Zauberer. Ich danke euch, mein König, erwiderte Farawin bescheiden, aber euer Lob hat nicht mir zu gelten, sondern denen, die die Rettung brachten. Von wem sprecht ihr? In diesem Augenblick senkte sich erneut jener dunkle Schatten aus dem grauenden Himmel, der soeben an Farawin vorbeigerast war. Und nun endlich war zu erkennen, worum es sich dabei handelte. Um einen Dragnat. Unheimlich breitete die untote Kreatur ihre löchrigen Schwingen aus und sank herab. Auf ihrem Rücken saßen zwei von weiten Umhängen umwehte Gestalten, für deren plötzliches Auftauchen Farawin dem Schicksal von Herzen dankte. Der eine war Ogan, der junge Aspirant, der andere war Meister Dajor, der über die Fähigkeit verfügte, Kraft seines Willens die Erde beben zu lassen. Gewöhnlich brachte er seine Gabe nur zum Einsatz, um Waffe eingesetzt. Brüder, rief Farawin hocherfreut aus, ich mich freue euch zu sehen. Die Freude ist auf unserer Seite, versicherte Ogan und winkte. Mein Meister Tavalian schickt uns, der euch herzlich grüßen lässt. Graim Ihud Dajor und Ogan waren nicht die Einzigen, die den bedrängten Elfen hier zu Hilfe gekommen waren. Noch drei weitere Dragnada sanken aus dem Himmel herab, in deren Sätteln die Meister Phil Für, Sunan und Tarana saßen, jeweils zusammen mit ihren Schülern Zenan, Haiwyl und Larner. Sie alle ließen die Aspiranten absteigen, ehe sie wieder in die Lüfte stiegen, um andernorts in das Schlachtgeschehen einzugreifen. Farawin konnte nicht anders als Ogan und seine Gefährten dankbar in die Arme zu schließen. Meine guten Kinder, rief er dabei, das war Rettung in höchster Not. Verzeiht, dass wir nicht schon früher kamen, Vater, entgegnete Ogan schuldbewusst, aber die Kristallpforte ließ sich nicht mehr öffnen. Ja, knurrte der Zauberer nur, ich habe es geahnt. Gerwan und einige andere stimmten daraufhin dafür, einen Zug von Buirai auszurüsten, der nach Süden aufbrechen sollte, aber Meisterin Adgyva war klar, dass dieser viel zu spät eintreffen würde, also schlug Meister Tavallian vor, die Dragnada zu benutzen, um die Strecke zu überbrücken. Der gute Tavallian, seufzte Farawin erleichtert, und auch Maevo und Elidor brachten ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. Doch ihnen allen war klar, dass die Schlacht noch nicht gewonnen war. Die Türme, rief der junge König und deutete nach den beiden stählernen Ungetümen, die sich noch immer unbeirrt drehten und Dampf spien, während sie auf Orks und Elfen zurollten. Die Bedrohung durch die Ilphantodion mochte beseitigt sein. Die Todesmühlen jedoch malten noch immer, und sie hatten die Elfenkrieger, die noch immer in heftige Gefechte mit den Orks verwickelt waren, inzwischen fast erreicht. Auf die Pferde, rief Farawin, halten wir sie auf! Der Zauberer nahm die Zügel seines braven Schimmels, der reumütig zu ihm zurückgekehrt war, und stieg in den Sattel. Die Wunde in seiner Schulter, über der sich sein Umhang dunkel verfärbt hatte, ignorierte er. Organ und die anderen Aspiranten riefen herrenlose Pferde herbei, von denen es auf dem Schlachtfeld bestürzend viele gab. So ritten sie den beiden Türmen entgegen, an entgegen und stürmte mitten in ihre Reihen. Mit der Klinge nach beiden Seiten dreschend tötete er mehrere Unholde, unterstützt von Farawin und Maeve, die einen Gedankenstoß nach dem anderen wirkten. Auf diese Weise gelangten sie näher an die Türme heran, deren Klingenflügel bereits Nahrung fanden. Ein Elf und ein Ork, die einander so erbittert bekämpften, dass sie das herannahende Unheil nicht hatten kommen sehen, wurden die ersten Opfer. Der fauchende Stahl erwischte sie und von dem, was davon flog, war es unmöglich zu sagen, was einst zum Elfen und was zum Ork gehört hatte. Mit vernichtender Wucht fuhren die Klingenflügel in das Feld der Kämpfenden und sorgten dort für Panik. Orks und Elfen ergriffen gleichermaßen die Flucht und der Vorteil, Elidors Reiterei errungen hatte, drohte verloren zu gehen, denn von den Flanken drängten die übrigen Unholde heran. Die Türme mussten verschwinden, einer nach dem anderen. Wir nehmen uns zuerst den Linken vor, wies Farawin seine Begleiter an. Heiwil! Der Aspirant, der seinerzeit zusammen mit Granok und Aldur nach Shakara gekommen war und dessen Gabe darin Bestand, Metall mit Gedankenkraft zu verformen, streckte die Hände aus und wirkte einen Zauber. Schon im nächsten Moment gerieten die Flügel der rechten Mühle ins Stocken. Ein metallisches Ächzen war zu vernehmen, als sich der Mechanismus im Inneren gegen den plötzlichen Widerstand stemmte und immer noch mehr Dampf entwich aus den seitlich angebrachten Öffnungen. Ruckartig drehten sich die Klingen noch ein Stück weiter, dann konnte man beobachten, wie sich eine von ihnen unnatürlich deformierte. Es knirschte entsetzlich, als der Stahl zurückgebogen wurde, sodass er gegen den Turm Aufbau stieß und damit die Drehbewegung blockierte. Die Tumbe-Maschine arbeitete dennoch weiter und zerstörte sich damit selbst. Mit lautem Krachen durchbrach der verbogene Stahl die Turmpanzerung und drang in die stampfenden Eingeweide. Der Koloss wankte und in diesem Augenblick übernahmen Farawin und die anderen. Gedankenstoß! Jetzt wies der Zauberer Maeve und die Aspiranten an und alle bis auf Haiwil, den der Gebrauch seiner Gabe erschöpft hatte, schlossen sich dem Tartan an, den der Älteste ihres Ordens im nächsten Moment verübte. Die Wucht des Stoßes war entsprechend beträchtlich und er erwischte den Turm genau in dem Moment, als sich dieser ohnehin gefährlich zur Seite neigte. Der Stahlkoloss wurde hart getroffen und geriet noch ein Stück weiter in Schräglage. Als der Boden unter ihm nachgab, besiegelte das sein Schicksal. Ächzend und schnaubend schien sich Margoks Todesmaschine noch einen Augenblick lang gegen das Unausweichliche zu wehren. Dann kippte sie endgültig und stürzte geradewegs in die Masse der sich dicht aneinander drängenden Orks. Die Unholde hatten bis zuletzt darauf vertraut, dass ihr unförmiges Mordinstrument allen Angriffen trotzen und sich wieder aufrichten würde. Ein folgenschwerer Irrtum, der viele von ihnen das Leben kostete. Zwar spritzten sie auseinander wie aufgescheuchtes Federvieh, als der stürzende Turm seinen Schatten auf sie warf, doch kam für viele die Einsicht zu spät. Ein letztes Mal machte die Todesmühle ihrem Namen alle unehre, als sie Dutzende von Unholden unter sich zerquetschte, ehe sie selbst in einer Eruption von Feuer und Dampf zerbarst. Trümmerstücke wurden davongeschleudert und sorgten für noch mehr Opfer unter den Orks, und auch mancher Elfenkrieger wurde davon ereilt. Dennoch war der Jubel unbeschreiblich, als Elidors Kämpfer das Monstrum niedergehen sahen. Neuen Mutes und noch Verbissener als zuvor drangen sie auf die Orks ein, die nun nicht mehr von der einen, dafür aber von der anderen Seite herandrängten, und Farawin und seine Getreuen wollten sich dem anderen Turm zuwenden, aber wie sie feststellten, war dieser bereits in besten Händen. Zwei untote Drachen umkreisten das stehlerne Monstrum, das sich um seine Achse drehte und Tod und Verderben nach allen Seiten schickte. Auf dem einen Dragnat saß wiederum Dajor, auf dem anderen Sunahan, der im nächsten Moment von seiner Gabe Regengebrauch machte. Der Ton, der über dem Schlachtfeld erklang, war so durchdringend, dass sich nicht nur viele Elfenkrieger, sondern auch zahllose Unholde die Ohren zuhielten und einen Moment lang nicht mehr fähig waren zu kämpfen. Am heftigsten jedoch fiel die Reaktion des Turmes aus, dessen Konstruktion durch Sunans Schrei in Schwingung versetzt wurde. Anfangs waren es nur kleine, kaum wahrnehmbare Bewegungen, schon wenige Augenblicke später jedoch begann der Turm zu wackeln, als bestünde er nicht aus festem Stahl, sondern aus weich gewordenem Wachs, immer heftiger wurden die Ausschläge, bis sich die ersten Platten der Panzerung lösten und mit Getöse in die Tiefe sausten und in diesem Augenblick schlug Meister Dajor zu und gab dem Ungetüm den Rest. Seinen Dragnat dicht über dem Boden lenkend stieß der Zauberer seinen Flasfin herab und dort, wo der Zauberstab die Erde berührte, entstand einen Liedschlag später ein Riss im Boden. Eine Erschütterung folgte, die viele der Kämpfenden zu Fall brachte, vor allem aber den Kriegsturm, der in dem sich sprunghaft verbreiternden Riss versank. Sobald die ihrer Stabilität beraubten Klingenflügel auf den Erdboden trafen, zerbarsten sie, die Bruchstücke stoben funkenschlagend davon. Und nach einem entsetzlichen Ächzen, das von Feuer und Rauch begleitet wurde, tat auch diese Maschine ihren letzten zischenden Atemzug. Das Geschreien, das sowohl Elfen als auch Orks daraufhin verfielen, war unbeschreiblich. Die Söhne Siegwinds jubelten, weil sie erstmals seit Beginn der Schlacht das Gefühl hatten, dass sie gewinnen konnten. Die Unholde brüllten vor Wut. Zwar drangen sie weiter auf die Elfenkrieger ein, doch hatten ihre Attacken an Wildheit verloren, oder lag es daran, das Elidors Recken, beflügelt durch die Unterstützung der Zauberer mit neuer Kraft und frischen Mutes fochten? Auch der junge König und die Zauber Aspiranten brachen in lauten Jubel aus. Selbst Farawin gönnte sich ein triumphierendes Lächeln. Er war sicher, dass die Zerstörung der Türme auch auf der anderen Seite des Schlachtfelds nicht unbemerkt bleiben und womöglich die Wende im Kampfgeschehen bedeuten würde. Zum ersten Mal nach Jahrhunderten gegenseitiger Entfremdung kämpften Elfenkrieger und Zauberer wieder Seite an Seite, um gemeinsam dem Bösen zu trotzen, das in ihre Welt eingefallen war. Womöglich war es ein historischer Tag.